Endlich stehst du vor mir, in deinem blauen Kleid, mein ganzes Geld gab ich dafür, hab keinen Cent bereut. Grüß euch, ich bin Reinhard von Alontechnik Villach, Verkäufer im Außenliste und ich darf euch heute etwas von unserem Hauptlieferanten in Holland erzählen. Wir haben Standardtraktoren von 50 bis über 300 PS, sämtliche Modelle für uns in Villach und in Lissabrücke lagernd. New Holland zeichnet sich ja aus durch die Topgetriebe-Varianten, von einfachem Lastschaltgetriebe bis hin zum hochmodernen Dynamik-Commandgetriebe und zum ausgezeichnet, perfekt abgestimmten Autokommandgetriebe. Außerdem New Holland wahlweise mit Frontlader, ohne Frontlader, Front, hydraulisch Frontabfälle, alles kein Thema. Die Maschine kann ausgestattet werden, genauso wie ihr sie haben wollt. Wir haben eine Top-Kabine bei unseren Traktoren, das ist die leiseste Kabine am Markt, hat die beste Rundum-Sicht und ist einfach zum Wohlfühlen, weil die Schalter und die Bedienhebel optimal angeordnet sind. Der spritsparende Motor, das perfekte Getriebe, unsere starke Hydraulikleistung und die Kabine runden das Ganze ab. New Holland ist einfach der Traktor, den jeder haben soll. New Holland hat jetzt eine Sommeraktion und da gibt es, damit die Entscheidung euch leichter fällt, eine Dreidrittelfinanzierung, die beginnt mit 0,99% Fixdienstsatz oder eine Vierviertelfinanzierung mit 1,49%. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns oder mich unter meiner Telefonnummer unten eingeblendet anruft oder auf www.landtechnik.co.at besucht. Aber noch schöner war es, wenn ihr bei uns in Villach oder auf unserem Standort Liesabrücker vorbeikommt. Wir freuen uns auf euch. Natürlich an New Holland, denn ein New Holland, der geht die K.O. Natürlich an New Holland.